Moin! Wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, hier auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach 2.1 ohne Grieben. Beobachte hier meinen mit Höchstgeschwindigkeit fahrenden... Ah, ok. ...mit Höchstgeschwindigkeit fahrenden Unimog. Sehr komischerweise... ...hier jetzt mal nur so im Vorbeifahren, der nicht mehr anhält zum Abkippen. Klar, kriegt er das so auch irgendwo hin, aber das dauert natürlich ewig. Aber auf der anderen Seite, ich guck's mir ja eh nicht an, das läuft ja alles autark im Hintergrund dann eigentlich. So, und da fährt er jetzt schön gegen die Mauer. Ne, gerade ebenso nicht. Was für ein Kurs. 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 Ein Wirrwarr hier, das ist unglaublich, unglaublich, hier bleibt er mal stehen. Ja, wie dem auch sei, er hier steckt im Verkehr fest, er steht da vorne am Feld 16. Ja, ja, ja. Auf dem Hard, ja. Wird sich da jetzt aufgehängt? Hallo? Wieso fahren wir nicht? Ich kann es jetzt nicht sagen, weil er nur 57 Liter Sprit hat, fährt er nicht. Hallo? Dann dreschen wir eben selber. So. Ich sehe auch nicht ernstbar aus. Es ist kein Bock mehr hier, Bosplay verarschen zu lassen. Dann fahren wir eben selber. Aber eigentlich so, dass wir das nicht können. Wenn das jetzt für euch vielleicht nicht so interessant ist. Wir brauchen keine Vorsicht. So, so, so. 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 So, so. So. Da ist immer so ein heftig geschnittenes Feld. Spiegelglatte Sehner, spiegelglatt nicht, leichte Wellen sind hier vorne zu sehen, da hinten sieht sie spiegelglatt aus und schön wie sich die Wolken darin spiegeln. Richtig schick. Spiegelglatte Sehner, spiegelglatte Sehner, spiegelattere Töne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Manchmal habe ich das. Dann denke ich an irgendwas anderes und dann vergesse ich euch was zu erzählen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm und ihr nehmt mir das nicht übel. Ähm, ja. Heute in zwei Wochen haben wir schon einen LS19 seit zwei Tagen. Krass, oder? Schnell die Zeit dann nachher rennt. Ich bin ja, ja. Und da ist es so, dass ich das jetzt nicht mehr so kurz, bei der Schleifung der Schleifung der Schleifung des Schleifung des Schleifung des Schleifung des Schleifung des Schleifung des Schleifungsdienstes. Ich kann auch den Kurs eigentlich mal löschen. Das kommt jetzt nicht mehr. Ich gehe hier einmal um. Ich gehe hier einmal um. Ja, wir sind immer noch am Dreschen, am Dreschen, am Dreschen. Das ist jetzt ein bisschen eintönig. Hey, aber nützt nichts. Muss gemacht werden. Das ist viel eher das Problem, dass ich hier gleich keinen Sprit mehr habe. Und dass ich mir dann irgendwann mal ein bisschen Diesel besorgen muss, damit ich hier weitermachen kann. Das Ganze sehe ich hier schwarz. Das Ganze sehe ich hier. 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 So wie es im Moment aussieht, wird es heute Nachmittag und auch Samstag am Tag von mir keine Folge von dem Match geben. Weil ich nämlich leider die beiden Aufnahmen, die heute und Samstag veröffentlicht werden sollten, gelöscht habe. Und die nicht wiederherstellen kann. Leider. Jens wird seine Folgen senden. Ich nicht. Ich kann nicht senden. Weil ich habe nichts. Ja, sorry. Am Wochenende gibt es auch keine Livestreams. So nur ganz normal. Samstag zwei Folgen. Sonntag zwei Folgen. Let's play. Ich bedanke mich bei euch und sage erstmal Tschau.